Dann darf ich Ihnen vorstellen, den Chef des Hauses, unser Pablo. So Pablo, als erstes wird der Pablo uns mal den Teppich aufrollen. Gebt ihr mal Mühe, jawohl. Sehr schön, das hat er schon mal recht gut gemacht. Komm her mein Pablo, da bekommst du dir natürlich auch eine Belohnung, das ist vollkommen klar. Setzst du dich mal schön hin auf deinen Speck, ein bisschen runter, jawohl, prima. So, unsere Peggy kommt dazu und jetzt meine beiden Schweine machen wir das mal wie bei den Händen. Eine Farbe rechts, eine Farbe links, Peggy auf, Pablo auf. Ja, du musst schon ein bisschen rumgehen, gerade hinstellen, Konzentration und bitteschön. So, wollen wir gleich mal die tänzerischen Fähigkeiten testen. Pablo, Konzentration, Achtung, schön, Pirouette. Sehr gut, das ist ein richtiger Tänzer. Pirouette, zu Peggy. Sehr gut. Wir schieben das Ganze jetzt mal nicht, steig mal ab, wir müssen hier durch. Dazu musst du den Bauch einziehen wahrscheinlich, Peggy lauf. Peggy, ja, das klappt, wunderbar, Peggy zurück. Und wir laufen wieder zurück, Peggy, jawohl. Noch einmal, Peggy, schön laufen. Sehr gut, und eine Position annehmen. Die Peggy. So, rum mit den Speck. Alle gerade hinstellen, Pablo, Pablo hier auf. So, alle gerade hinstellen, Big, Pablo. Der Pablo bummelt immer ein bisschen rum. Pablo hier auf, jawohl. So, jetzt zum Abschluss noch mal alle schön mit den Schwänzen winken. Prima, das klappt immer am besten. Wunderbar. Und damit bedanken wir recht herzlich und für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.